Stopp, 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 stopp. Das Video gibt's jetzt auch auf Türkisch auf meinem türkischen Kanal TC Talha. Erster Link in der Videobeschreibung. Also an jeden, der Türkisch kann, checkt das Video auch auf Türkisch ab. Und das ist deine Mutter. Leute, danke, mich freut es extrem, dass die Videos euch gefallen. Ich gebe weiter Gas. Und ey, abonniert diesen Kanal, denn im Dezember hab ich viele Überraschungen für meine Abonnenten. Und jetzt nicht viel reden und viel Spaß mit dem Video, geil. Es war alles so schön. Ich lernte ein Mädchen kennen. Wir haben uns sehr gut verstanden und waren seit einer Woche zusammen. Boah, riecht richtig krass. Riecht mal auch. Okay. Es war einfach perfekt. Ich war zwar ein bisschen verrückt für sie, aber ich glaube, sie kam damit schon klar. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich war verliebt. Ja, aber ich bin schon wirklich erschöpft. Soll ich mal an das in den Weiß verschmeißen? Ah! Ey, hast du eigentlich Geschwister? Ja, ich hab drei ältere Brüder. Warum? Was? Du hast drei ältere Brüder? Ach so. Ja, ich hab eigentlich nur so gefragt. Ach so, ja, aber die sind ganz nett. Also die sind wirklich cool. Ja. Wie cool? Ja, also du würdest sie mögen. Und? Siehst du was? Mit wem ist sie? Ja, ja, ich seh sie. Sie ist mit einem Typen. Was? Sie ist mit einem Typen? Ja. Ich steh gerade auf. Los, sofort, hilf nachher. Das war jetzt schon ein guter Tag wahrscheinlich. Und? So lustig. Ja, heute war richtig lustig, Alter. Ich mag dich auf jeden Fall sehr. Ich mag dich auch sehr. Aber auch eine richtig schöne Gegend. Ja, das ist hier wirklich perfekt. Wer ist das? Einfach, das sind cool. Ja. Das ist schon mal. Wer ist das? Äh, ähm. Wer sind die? Sind das deine Brüder? Äh, ja. Du, ab nach Hause. Mit dir reden wir später, ja? Was geht ab, ey? Leute. Du, halt die Fresse. Schämst du dich nicht, dich mit unserer Schwester zu treffen? Ih? Was, halt die Fresse? Was denkt ihr, wer ihr seid? Schnappt ihn euch. Das ist die Püße. Du, hast nicht? Das ist die Püße! Oh! Ha ha ha! Ah ha ha ha! Ah! Ah! Statt dich! Hey! Okay, 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 chill chill chill! Ah! Ah! Okay, okay! Mann! Ah! Es ist alles klar! Du triffst dich nie wieder mit unserer Schwester! Hast du das verstanden? Zu auf dich! Okay... Okay. Tut mir leid... Ah! 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 Scheiße! Ah! Ich hab Überschläge bekommen, Alter, wegen dieser Hisnigkeit. Ich werd Schluss machen mit dir. Wo ist ihre Nummer? Hier. Hallo? Ey! Du hast doch gesagt, dass deine Brüder nett sind, oder nicht, du Hässlichkeit? Die haben mich zusammengeschlagen. Es ist aus! Ich will dich nie wiedersehen, haben wir uns verstanden? Verpiss dich! Verpiss dich! Hässlichkeit, Alter! Ich muss mich rächen. Ich muss mich rächen, aber wie? Wie? Guck mich mal an, Junge! Mein Auge sieht aus wie ein Affenmarsch! Ich muss mich rächen an, Junge! Ich muss mich rächen! Hörst du mir zu, Tana? Ich muss mich rächen! Aber wie? Wie machen wir das? Wie? 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 Denkst du auch an das, was ich denke? Haben wir denselben Plan? Junge, niemand! Komm, ich erzähl dir, aber sag niemandem, okay? Nur wir beide dürfen wissen! Wir werden nicht mit deinem Geld schein machen! Okay! Der Plan stand fest! Die haben sich mit dem Falschen angelegt! Und jetzt werden sie es bereuen! Wir haben eine Mies aus! Wir haben... Stopp, stopp, stopp! Warte, was ist das denn? Ey, ich hab morgen krass, Alter! 50 Euro! Ich hab's als erstes! Ich hab's als erstes! Warte, warte, warte! Ey, 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 ey! Schnapp das mal! Schick das Geld! Wir gehen mal hinüber! Ey, ey, ey! Der, der ist es! Ey, vor! Stopp, 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 stopp! Stopp! Hey! 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 Ey, Mann, ich spür auf alles, ich mach nie wieder herauf, ey. Ey, ich bin nur das Scheiße, ey. Mach's bitte. Ey. Das wird so geil jetzt. Wartet einfach ab, was ich mit euch machen werde. Sprecht schon mal euer letztes Gebet aus. Bis zum nächsten Mal.